Musik 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 Also ich will den Weg wieder her in die Schiffshutze an der Aussee. Wir sind hier, wir sind hier. Ich bin mein Papier aus dem Gehener. Ich komme, ey! Ich komme, ey! Das ist schon ein bisschen zuhören. Erwachsene, die lachen da wieder. Das ist nicht schlimm. 90 Minuten. Ich bin ein bisschen sicher. Ich bin ein bisschen zuhören. Ich bin ein bisschen zuhören. Ich bin ein bisschen zuhören. Wir N parlerten auch einfach mal. Ich bin ein bisschen zuhören. Die B Das war's. Jetzt geht es! Jetzt geht es! Jetzt geht es! Vielen Dank. 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 Das hat mir auch einen Streit abgefasst, den Ball, ne? Hey, Sokka, schenke mich über die Zeit! Sehr klar. Und die Hochzeitspflichten. Keine Durchmacht. Alle Durchmacht. Alle Durchmacht. Alle Durchmacht. Alle Durchmacht. Alle Durchmacht. Die Linie von Astrid von Astrid von Altrad. Die Linie von Astrid von Astrid von Astrid von Astrid von Astrid von Wout. Jason Bachmann, Bürgermeier und Südde. Jetzt kann ich den Ball ausreden. Jetzt kannst du ihn nicht hören. Ja. Sehr gut. Applaus 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 Okay. Und was am nächsten Mal war es nochmal ein, der Koppel. Der Koppel ist der Koppel-Wallstuhl-Wallstuhl gegen Koppel-Wallstuhl-Wallstuhl. Vielen Dank. 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 , 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 ,, , 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 ,, ,, ,..., , Aber da wurde man nicht abgesehen. Ja. Liebe, liebe, ich war, danke. Was war ich? Ja, danke. Wir haben ein herzliches Dankeschön an die Spieler, die hier dieses Publikum gespielt haben. Wir haben volle Kämpfe gesehen, wir haben volle Tore gesehen. Ich denke mal, ich weiß es auch viel Spaß gemacht, dieses Publikum, die Kreisverkastung im Hall durchzuführen, der Ö15, also der Ziele war. Wir wollten das an die Gelegenheit ziehen. Ich wünschte, ich war das von Herrn Schiedsrichter. Ein herzliches Dankeschön für Ihre Leistung, die wir gezeichnet haben. Das waren Sandro Becker, Önner Schiedsrichter und Jürgen Eichsrichter. Was sind die noch zur Gemeinschaft aus Eichsrichter? Es gibt ja keine Sieger-Kontrollierer, sondern wir, die Männer, die sollen hier diskutieren. Wir mussten zunächst gebrauchen. Mein Kollege ist Nathalie Esser, das war Nathalie. His para se einer von der Fremde. Die whether die Männer oder die Männer, die finden immer noch nicht an der Fremde. Der Fremde der Fremde, der Fremde der Fremde. Ein guter Sekundarie Ein guter Sekundarie. Ein guter Sekundarie. Ein guter Sekundarie. Ein guter Sekundarie. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Der sechste Sieger ist Frau Elba Iski. Dankeschön. Der sechste Sieger ist Frau Elba Iski. Der sechste Sieger ist Frau Elba Iski. Und der sechste Sieger hat natürlich auch am Weg in die Bundeshauptstadt. Es kommt alles wieder. Grüezi euch. Und der sechste Sieger ist Frau Elba Iski. Zuruf der StGB. Die haben die StGB. Die das ist die StGB. Und das ist die StGB. Auch hätten kommen welche einzelne Beste, die von den Wählern und Träubern ausgewählt wurden, als Besser-Spieler ausgezeichnet, weil Herr Wadi, die übernommen sind. Als Besser-Spieler wurde die Zeuggebühr genommen, alles noch, das ist die Übersetzung für den Schlaf-Spieler. Cool! Wir haben einen großen Straftingen hier. Dazu ist ein großer Straftingen, der größte Straftingen ist. Wir haben einen großen Straftingen, der beste Spieler des Kurs als nächster. Die Nummer 6, der Leibnizmann ist der 13. Moritz Klapp. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.